so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es wieder mal eine neuheit für dieses jahr silvester 2017 18 die nico hades ich bin jetzt nicht so renommiert in den nico neuheiten außer mit den golden rose time rain und 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 die habe ich schon gesehen als sie dann rauskam und als dann videos da waren und ich habe sehr sehr lange gestruggelt ob ich mir die holen soll die war ein bisschen teuer aber auch nicht als unter 20 euro war es glaube ich noch 281 gramm nem haben wir drauf und das ist eigentlich eine schöne fächer batterie gucken mal rein kotzreiz pur das ist richtig eklig hier naja egal der effekt ist ja interessant die hat so einen schönen fächer mit mit zu lila und blauen stern blinkern glaube ich war das und ich habe so lange überlegt und ich habe immer wieder nein ja nein ja überlegt aber ich habe sie mir doch mal mitgenommen und vielleicht überzeugt sie mich ja gucken auf jeden fall ist viel größer als erwartet ich dachte die ist relativ klein tut ja nichts zur sache wir werden die jetzt zünden und ja ich bin gespannt auf die hardes von nico viel spaß jetzt gibt es die haare so sieht sie aus nackig hinter ihren fassaden bitte bitte überzeugt mich ich habe ja sehr lange überlegt hat sich das war eine gute entscheidung diese zu kaufen richtig geil das war sich vor wir kommen wir sind wir kommen Ich wollte mir kommen, wo wir leben, wo wir leben.